Das ist die neue Werbemöglichkeit von morgen zu Ostern oder übermorgen. Diese Milliardäre könnten auch sponsern. Real, realer Schrott in der Umwelt. Also, diese Werbung ist garantiert nicht gesehen. Die ist einfach hier demoniert worden. So macht man Aufsage. Und ich schicke das jetzt zu Real. Dann können Sie sich überlegen, ob Sie auf das Bike gehen. Weil wenn Sie auf mein Bike gehen, Mr. Real, CAO, dann haben Sie real die Chance, auch in der Gala oder in der Bunden zu landen. Weil das Bike nicht entsorgt wird, sondern auf den Red Carpets dieser Welt sein wird. Viel Spaß, Real Manager Zukunft.